Rainer Salzgeber, Rennsportchef von HET, nächste Neuverpflichtung, Rainer Schönfelder, wie kam es dazu? Wir wollten uns auf dem österreichischen Markt nochmal klar positionieren und neben Hermann Mayer und Johann Krug und Andreas Buder noch eine Verstärkung holen und das ist uns mit dem Rainer gelungen. Jetzt hat es schon ein bombenstarkes Team, sage ich mal, mit dem Boudi Miller, Hermann Mayer, Rainer Schönfelder kommt dazu, wie kann HET das jetzt noch toppen? Es geht nicht, dass wir stoppen wollen, aber wir schauen ein wenig auf die Zukunft und ein Hermann Mayer ist auch nicht bestimmt, wie lange er im Rennsport noch aktiv dabei sein wird. Und man denkt ja über die nächste Saison hinaus und was wir einfach wollen, wir wollen gute Namen, gute Typen und da muss man die Chance beim Schopf packen und das ist uns eben mit der Verpflichtung vom Rainer gelungen. Dieses Jahr steht auch eine WM am Programm. Ist das vielleicht auch im Hintergedanken der HET-Strategen gewesen? Klarerweise ist jede Neuverpflichtung, von der man Leistung erwartet, geht auf dasselbe Ziel. Es ist Erfolg. Es ist natürlich auch ein Erfolg bei einer Weltmeisterschaft. Rainer hat ganz klar diese Attribute, die ihn einfach auszeichnen. Er kann neben einigen wenigen anderen alle vier Disziplinen wirklich fahren. Er ist vielleicht im Speed-Bereich nicht so erfahren wie die anderen, die großen Namen wie ein Miller oder ein Swindal oder ein Reich. Aber er ist auf dem Weg und wir wollen ihn auf diesem Weg eben begleiten und so erfolgreich wie möglich machen. Jetzt ist erst Juli, also bis es mit den ersten Rennen losgeht. Im Okterbo geht es nach ein paar Wochen. Wie arbeitet man jetzt im HET-Team? Wie schaut diese Vorbereitung auf die neue Saison aus? Gut, es ist mit den Tagen nach dem Finale losgegangen. Wir hatten dann schon die ersten Tests in Italien. Wir sind dann auch in Norwegen gewesen. Jetzt die letzten Tage in einer Skihalle in Norddeutschland. Es geht eigentlich ohne Unterbrechung seit Ende des Finales oder seit Ende der letzten Saison durch. Für uns ist es jetzt eine sehr wichtige Zeit, weil wir einfach das Material testen können und mit den Athleten direkt und sehr intensiv arbeiten können. Und speziell jetzt, die letzten Wochen waren intensiv, weil einfach die Athleten, die meisten Athleten, dann Anfang, Ende Juli, Anfang August zu den Überseetrainings fliegen. Und damit wir dort schon so gut wie möglich aufgestellt sind und das Material, das wir auch probieren wollen, dabei haben, ist natürlich intensiv die ganze Vorbereitung. Und damit wir auch probieren können.